Seid gegrüßt und willkommen zur 46. Episode meiner Divinity Urgenist and Enhanced Edition Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich denke mal, wir müssen hier zu ihr wegen der Belohnung. Wir haben überhaupt eine bekommen. Nö, sie hat auch nichts. Blablabla. Nö. Hä? Was muss ich denn... Abgeschlossene aus. Blenden. Katharina sagt, wir würden wir interessant mit der Verabschung haben. Das Buch mit altbewährten Witzen. Hä? Habe ich das Buch überhaupt... Habe ich natürlich nicht dabei, ne? Blablabla. Oh, ich kann auch die Einpersonenshow machen. Das wird sein. Hm. Moment, ist das hier das vom Bürgermeister? Nee. Oder? Ah. Bürgermeister? Nee. Moment mal. Das hier, ne? Das da. Genau, genau, genau. Go, go, go. Au. Dann holen wir uns noch das Witzebuch lesen. Ist das mal durch? Ein Witzebuch. Wo bist du? Äh, ein Piratenleben. Da, zum Lachen bringen. Ein Piratenleben. Menschen zum Lachen bringen. Reichtum. Reichtum. Hm, so. Zack. Dann lesen wir mal. So wie die körperliche Liebe erfordert auch die Komöde zu gleichen Teilen Leidenschaft und Timing. Ist das das richtige Buch? Das Verlangen danach, auf der Bühne zu stehen, ist nicht genug. Oh nein. Der wahrhaft erfolgreiche Komödiant studiert in zahllosen, langen und einsamen Nächten jedes kleinste Detail der Schauspielkunst, um sich gewissenhaft auf sein Rendezvous mit dem Publikum vorzubereiten. Dieser Band enthält einige der lustigsten Witze Rivellons. Lustig genug, um eine Granitstatue zum Grinsen zu bringen. Oh, das ist... Ah. Nee, Moment mal. Was war das denn mal für Statuen? Nee. Oder doch? Ich überlege gerade. Hm. Naja. Ähm. Ich lese ich das noch? Ja, ich lese es mir eben noch. So. Ähm. Fangen wir auf der linken Seite an? Oder auf der rechten? Nein, Spaß. Bei einer... Ach, das kann ich mir merken, oder? Zwerge... Die Zwerge vorliegt 13 Jahre, stirbt danach, blablabla. Meine Güte, sagt Ork, wenn du die... Weißt du, das habe ich doch schon gelesen. Alle 10 Jahre ist ein Elfischen Waldpriester in ihren... Ach so, das mit dem Jahr. Wollte ich irgendwas sagen. Wo er dann so in lange sagt, dass der weg ist. Ja. Ihr Hammert immer. Nee. Ähm. Wir gehen jetzt mal zurück mit diesem neu erlangten Wissen. Also wieder zurückerlangtem Wissen. Und performen dann die Einmann-Darbietung. Ups. Bin ich falsch? Hier muss ich ein... Also hier hin. Und dann irgendwann hole ich mir mit Wallgraf den Kopf einfach. Das kriegen wir doch hin, oder? Wäre doch gelacht, wenn nicht... Blablabla. Blablabla. Da, da, da. Da, da, da. Äh, ach so. Ansprechen. Blablabla. Genau. Ah, so. Wir wollen eine... Bö, bö, bö. Eine Neubeginn. Genau. Einmann-Show. Da, 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 da. So. Blablabla. In your distant mutterings of curiosity, as a small crowd shuffles towards your stage. A few moments longer, and everyone will be seated. Ja, haut mal rein. Now, now. Let's not be hasty. They may be dragging their feet, but your show is sure to knock the crowd's socks off. Hm, as soon as they settle into their seats, that is. Machen wir's jetzt? The stage is yours. Ähm. Bei einer Zwergenbeerdigung stoßen die Sackträger versehentlich gegen eine Wande und hören dabei ein leises Stöhnen. Oh, I hope there is a awful. Hm. Sie öffnen den Sarg, und es stellt sich heraus, dass die Zwerginderin tatsächlich noch am Leben ist. Ihr Mann kriegt sich kaum noch ein vor Freude. Bravo! Eager to hear more. The crowd leans forward with great interest. One lady in the back is already chuckling. She must have heard this one before. Die Zwergenfrau lebt weitere zehn Jahre und stirbt danach. Daraufhin gibt es eine weitere Beerdigung für sie. Oh, I hope there is an Encore. The ground's curiosity has peaked. Oh, do go on before they explode. Hm, nach der Trauerzeremonie machen sich die Sackträger wieder daran, den Sarg hinauszutragen. Oh, wow, there is an Encore. That's it, Sorsanta. You've got this joyful crowd right where you want them. Now, take them on home. Als sie sich aufmachen, ruft der Mann der Verstorbenen besorgt aus, Lauft nicht wieder gegen die Wand. Simply Marvin. They like you. They really, really like you. Well done, Sorsanta. Da, da, aber... Habe ich jetzt eine Belohnung verdient? Uh, die jubeln noch. Egal. Ähm, wie hat euch meine Einmannshow gefallen? Well, I... I must... Say, that was... Ja? Well, impressive. A bit like... Myself during my blue period. If I do say so myself. Here, have a little... Something from the fair Koffer. I dare say you've earned it. Was für ein Koffer. Hi, I'm all a quiver. Ach so, ich kann mal was von ihm nehmen, oder was? Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Für ein... Ein Geld. Oh. So. Danke. Ich gucke noch mal wegen der Zwei-Personen-Show. Stimmt. Aber du hast nichts mehr für mich. Ich bin mal weg. Aber... Ich verstehe es nicht. Sortieren. Praktische Leitfaden für Abenteurer. Und das Handbuch eines Holzfälleres, das detailliert Aufschluss über die zu zahlreichen Methoden gibt, wie man einen Baum in unterschiedlich kleine Holzteile verwandeln kann. Hä? Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Ich bin kein Holzfäller. Aber mit meiner treuen Axt kann ich aus einem Stück Holz einen guten, soliden Knüppel machen, wenn ich einen brauche. Ein paar alte Knacker haben mich gefragt, ob sie die Holzspäne haben können, die dabei übrig geblieben sind. Und ich habe sie ihnen überlassen. Keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Okay. Holzspäne. Yay. Aber... Katharina, was ist denn mit... Hm. Ich speichere einfach mal kurz. Dann ziehe ich euch wieder zusammen. Hol mir Volgraf einzeln. Und dann... Keine Ahnung. Mache ich ihn unsichtbar. Gucken, wie wir denn dieses Klauen können hier. Benutzen? Nein, 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 nein. Oh, ich bin wieder sichtbar. Hi. Ich kann ihn doch nicht so mitnehmen. Oh. Ich würde euch gerne aufnehmen, aber das geht nicht vor all diesen aufmerksamen Leuten. Moment mal, wenn ich die Show abhalte. Oh. Alter. Jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Ich habe das Rätsel gelöst. Was ist denn so doof? Oh, Alter, ist das dumm. Ihr geht doch auch, oder? Ein paar Momenten länger, und jeder wird sichtbar. Ihr geht doch auch, oder? Ich denke, ein Kling, der große Sigurd und seine Rheinbauer-Wahr-Machines. Der Rämi-Fa-Sau-La-Ti-G... Oh, Entschuldigung, ich versuche, ich versuche... Die gehen gar nicht alle. Oder kommen immer mehr, wenn ich besser... Also, wenn ich anfange. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Doch immer noch so viele da. Ähm, die öffnen den Sarg. Dann wäre ich wieder sichtbar. Ob ich bei dem zeitgleich auch noch was machen kann? Blablabla, blablabla. Nö. Es sind immer noch zu viele. Äh... Ja. Ich hätte es gedacht, hier kommen mehr hin. Ähm... Ähm... Äh... Ist eigentlich egal, was wir nehmen, oder? Oh, ich hoffe, das war's. Äh... Äh... Muss ich das wirklich mit der Zwei-Mann-Show machen? Oder hätte ich das so machen müssen? Ja, blablabla, wir versuchen es noch mal. Ähm... Neu-Begin. Ne, Thema-Wechseln. Ne, ich will die Zwei-Mann-Show machen. Und um nicht das Buch dafür noch mal gelesen haben, kurz vorher. Blablabla... Blablabla... Genau. Was ist es denn diese Zeit? Oh, hier... Nicht planen, auf... Nö, das sind wieder nur so wenige. Hm... Wegzunutzen. Mann! Wie krieg ich denn jetzt noch mehr? Sehr hartnäckig, bla bla bla. Doch, ich mach das jetzt mal absichtlich falsch. Wo ist der Typ hin? Fangen wir an. Hab auch nix, ne? Ne. Will diesen blöden Kopf haben. Oh, ich hab grad ne Idee. Vielleicht kann ich's ja... ...so machen. Wer braucht ihr denn? Hm. Wenn wir den weglocken... ...ah, die hier sind noch alle im Weg, ne? Mann! ...ah, keine Ahnung... ...blah, blah, blah... ...blah, blah, blah, blah... ...blah, blah, blah... ...ah, wir verlieren sie. Ich hab keine Ahnung, wie ich an diesen blöden Schädel kommen soll. Naja... ...wäre ich doch mal lieber... ...zum... ...dings gegangen, zur Kirche... ...blah, blah, blah... ...ja, wir treffen uns jetzt alle wieder. Wir lassen das mit dem Schädel. Und ich wählte dann eine Episode mal wieder für heute. Wenn sie euch trotzdem irgendwie gefallen, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich endlich mal zur Kirche gehe, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!